Hallo Sportfreunde, mein Name ist Johannes Lukas, ja hier am Start, ja immer noch im McFlitz sind wir am Rum-Haschlierenden, wir haben gerade schön vom Allerfeinsten unsere Brust, Schultern, mag man meinen, mag man meinen, ihr war ein bisschen aktiv als ich, muss ich gestehen, ja, weil ich hab gestern schon Brust trainiert, ich übersetze das jetzt mal, Sportfreunde, hallo, mein Name ist Johannes Lukas und wir haben zu dritt unseren Oberkörper trainiert, wir haben erst ein Bankdrück-Battle gemacht, gegeneinander, das findet ihr bei ihm oder euch auf dem Channel und da haben wir noch, natürlich, eigenständig und dann haben wir noch ein bisschen trainiert und das werdet ihr jetzt genau sehen, viel Spaß damit. 1, 2, 1, 2, 1, noch, komm, 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 und dann zu dir, boom, du bist sauber. Komm, 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 komm Scheiße. Du bist weg. Oh! Fange ich zurück. Ok, ich bin weg. Das ist weg. 1, mach, 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 mach! Fuck! Fuck! Uh! Zieh durch, Mann! Zieh durch! 1, 2, gib Gas, Mann! Ganz sicher, ganz sicher! Und explodieren! Jawoll! Siehst du! Und weiter! Push! Jawoll! Ganz sicher, ganz sicher! Come on! Immer noch leicht! Packst du! Komm, Arti! Push, 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 push! Durch, durch, durch! Durch! Hütten scheißen, komm! Push! Ja! Fuck! 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 Fein! Du hörst nicht auf! Oh, fuck, Mann! Komm, Arti, Mann! Komm, Arti, Mann! Komm, Arti! Komm, Arti! Tief! Ja! Mit Schluss ist, ist Schluss! Einsatz bis an die Grenze! Fertig! Aufhören! 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1... Und schau! Die Grenze ist noch nicht auf. Die Grenze ist noch nicht auf! Guck mal, mach den Lanti-Dinger, Schuh zusammen Jetzt, hoi, ja, jawohl, prima Schuh, nein, nein Guck mal, schuh, schuh Oh, gut. Oh, gut. Oh, guck, so Leute, komm. Atee! Winsel, mach! Auf vier, drei, genau so. Jetzt haben wir den Klamm weiter. Zwei zu. Und noch zwei. Eins und zwei. Wo kommst du erst? Und der Armer geht in einer Linie. Du bist deine seitliche Schulter isoliert. Besser, besser, besser. Alles klar, guck mal, jetzt. Jetzt hast du drauf zu. Ja, aber prima, so ist gut. Das ist im Prinzip die Seite. Du kannst bloß viel schwerer belasten, weil das Gericht hier hängt. Du kannst wirklich die Ohrarm zur Seite ziehen, relativ weit vorne. Ich kenn's von den Kurzhanden. Genau, zur Seite weg. Aber du kannst hier schön belasten, die Schulter. Wenn du zu hoch ziehst, gehst du halt in den Trapez rein. Wir wollen die seitliche Schulter damit arbeiten. Guck mal, die Brusten ein bisschen mehr raus. Neutral. Und nun, genau. Jetzt ist es besser. Guck mal, jetzt hilfst du mit der Schulter an. Super. Vor den Kasten. Da bist du ein bisschen nach vorne. Ja, das ist schon platt. Ich hab schon ein paar... Ich hab schon mal wieder rum. Und jetzt kannst du mit der Erste oder Verlage nehmen. Einfach ruhig ein bisschen nach vorne lehnen. Und schön anfängst mit der Seite hinterher. Schau ihn. Genau so. Schön. So lange weg. Hopp. Möglichst nicht zu weit hinten, sondern immer ganz leicht vor den Körper, damit die Schulter nicht einem wegkriegt. Genau. Immer leicht neben, vor dem Körper. Dass wir die richtig überlasten, resifieren die nicht. Das haben wir leicht. So, Sportfreunde. Wir haben's geschafft. Wir sind völlig durch. Hier geht jetzt noch was essen. Boah. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt. Es war uns vor allem eine Ehre, mit dir zu trainieren. Ach. Ey, ich freu mich schon auf morgen. Darf man noch morgen sagen? Es ist schon nach... Knapp dran auf jeden Fall. In acht Stunden geht's weiter. Vielen Dank an euch. Wir sind raus. Tschüssi. 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 Tschüssi.